Musik Siehts, sehr schön Hier ist es Tag 12 mittlerweile Schafft die Schaufel das noch? Ich glaube nämlich nicht mehr Juhu hat sie nicht mehr geschafft So Jetzt wollen wir uns um das Zeug kümmern Jep, alles da, da ist er wieder, da ist er wieder unser Freund Ähm, Moment Ich habe keine, ich muss doch einen Baum pflanzen Äh, Felden Ja, ich weiß, du willst jetzt nicht was pflanzen, aber ich habe gerade nichts Uncool Ich muss einen ganz großen Felden ganz schnell Ach, die geben nichts, jetzt habe ich das Da muss ich zu denen hier, oh, siehts Musik 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 Haha, der Wettlauf gegen den Baum Ähm, ja Moment, geht gleich los Musik 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 Guck mal hier Baum, siehst du mich, siehst du mich, siehst du mich, ja siehst du mich Musik Hat anscheinend nicht ganz gereicht Er erscheint nicht sonderlich zufrieden zu sein Musik Nur mal, um das mal festzustellen Musik Musik Ich glaube auch nicht, dass ich noch was habe Musik Nicht wirklich Ich hab mir ja nicht die Wiesern so Musik Ja, meine, interessante Option Oh mein Gott Super interessante Option Super interessante Option Das hatte ich eigentlich nicht geplant Ich habe gemerkt, dass du sauer bist Ja, ist schön Kann dir leider gerade nicht helfen Ich habe gemerkt, dass du sauer bist Ja, ist schön Ich kann dir leider gerade nicht helfen Wie sauer ist er denn noch? Ich kann es nicht sagen Ich kann es nicht sagen Ich kann es nicht sagen Auf jeden Fall noch sauer genug um mich zu verfolgen Juhu 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 Bei jedem Baum abpflanzen Oho Bekommst du ja 2 Ähm Bäume Das heißt du stößt immer ein Baumgutmachen Wenn du einen abhackst und dann wieder... Also ich würde es mir zumindest so erklären, dass du nach dem Prinzip habe ich gerade gehandelt und es hat funktioniert. Family Files, Family Files. Äh, der ist noch nicht fertig. Family Files. So wird der Hammer gar nicht mehr bis zum Winter? Nee. Ja, ist ja gut. Jetzt haben wir gar nicht mehr, wir haben gar nicht mehr so betätigt bis zum Winter. Unser Leben und unser Ding sinkt eigentlich beständig und es wird nicht besser, es wird einfach nicht besser. Wir müssen ja zwischendrin noch was anderes machen. Und dadurch kommen wir einfach nicht hinterher. So, guck, guck, guck. Das habe ich zweimal gegessen, super, intelligent. Hier braucht man jetzt auch gar nicht schon aufgehalten, wenn jetzt nochmal Hunde kommen, dann sind wir sowieso am Arsch. Die habe ich jetzt zum Glück runter gesetzt, die Anteil der Hunde. Und wie ich sehe, wir haben noch eine Melone im Inventar, das ist auch nicht schlecht. Aber erst hole ich mir das da. Und mit dem, die Rinder, dass die mich noch nicht hassen, freien mich auch so, wie ich die auszusehen schlage. Können sie einmal so schön hier liegen. Moment. Das ist, ich habe irgendwas angebahnt, alter, unser Leben, ne. Das ist unser, also nicht unser hier, das hier meine ich jetzt so. Das steigt ja auch immer mehr. So, weg damit. Ähm, ich esse das mal. Dann blende ich das. Ähm, dann esse ich die Melone. Okay. Okay. Jetzt wird Zeit, Blumen zu suchen auf jeden Fall. Jetzt geben wir hier bald vollkommen vor die Runde. Blumen. Schwerterling. verschwindet die komischen dinger was auch immer ihr seid ja natürlich die flower picken super idee so die dark pendelt so ich hab's mal gegessen bevor sie das momentan noch mehr kaputt macht und verlieren wir ich würde auch sagen es ist tag und wir haben eine mütze auf das kann ja gar nicht sein dass wir immer noch zeug verlieren ich brauch blumen ich brauch blumen das brauchst du das brauchst du die will flower das geht nicht gut aus und kommen schon ist auf tag 13 wo ich glaube das ist sowieso die ersten tage nur sehr schwer ist mit den mit der gesunde mit den dings hier von dem hier warum geht das immer mehr runter ich rach das nicht naja jetzt haben wir ja noch das hier das geht trotzdem runter wir können nichts machen jetzt geht's wieder hoch so essen kochen jetzt essen und hier haben wir ein paar samen gefunden wieder zwei stück blend verlangt Verify 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 Nehmen Opis nehmen 나� Uuuuund Verify Entschuldigung Also ich kriege dass mir aus dem Feuer zu Gone Versich clinical Kochen 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 Sssss acts so das ist da auf jeden fall schon mal wieder gut aus meiner gehirnen kapazität ist immer noch schlechter nein es geht wieder runter ich will nicht noch verrückt werden blumen 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 ich suche blumen schöne bunte blumen 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 nicht schon wieder nein ich wollte doch nicht nein wirklich nicht ja ja komm warte 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 super einfach super das heißt er kommt also wieder wenn man nicht genug unterschieds hat okay sammeln 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 so da ist nichts das hier hier sammeln sammeln komm mit komm mit los ich zeig dir die bäume pflanze schnell 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 ich habe zwei gefahren ich weiß dass du bist das ist immer noch einer alles klar ich besänftige immer weiter interessant hier steht also ein baumriese schön zu wissen seiner ist ich dachte die werden wieder zu normalen bäumen und guck mal wieder einer aber das ist anscheinend immer der selbe ok alles da gut zu wissen nein ich habe es doch ja genau das geräusch genau das geräusch ach scheiße ich ziehe meine rüstung an habe ich genug gegessen nicht wirklich schnell das fertig machen bevor sie kommen also noch ein bisschen was essen das feuer hochtreiben 29 29 29 Nein, 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 nein. Zweie! Ach komm schon. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Dank euch. So habe ich ein bisschen Monsterfleisch. Das trinkt mega viel fürs Leben, deswegen nehme ich das mal. Boah, kurze an und da bin ich wieder voll, ist das nicht geil? Da ist ein paar davon und dann ist mein Leben auch wieder voll. 138, Moment. 141, 142, sehr schön. Dann können wir uns mal wieder hier ein bisschen selbst schäfen. Und was haben wir hier noch so, nicht besonders. So, was neues bauen können wir auch nicht. So, wichtig ist, dass wir jetzt... Immer noch der Baummonster. Das fällt Ihnen eben bestimmt keine Bäume mehr filmen. Ähm, ist auch kein Ding. Dann lebt halt der Baumgüse da neben uns. Spürt mich weniger. Was mich mehr stellt, ist, dass ich langsam verrückt werde. Immer noch. So. Mitnehmen. Hauen wir nämlich keine davon bei uns zu Hause. So. Mitnehmen. War das der Grund, warum wir nichts kräften konnten? Weil wir davon nichts hatten. Ich weiß nicht, kann aber gut sein, weil wir hatten davon ja wirklich kaum was. So. 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 Dann waren wir mal ganz kurz hier. Und noch mal ein paar Räume abfällen. Hoffentlich ist hier auch kein Baumgüse. Dann gucken wir mal jetzt hier. Ein paar von diesen, äh, ein paar von diesen Sieg bekommen würden. Und die haben beim Baumriesen einpflanzen könnten. Und die Tage werden endlich länger. Oh, das ist geil, die Tage werden länger. Ach, ist dunst, ist, weil, ist, äh, wieso richtig eigentlich so bekloppt momentan? Keine Ahnung. Es war ja momentan Frühling, das heißt, es ist kein Wunder, dass wir so, ähm, wenig, äh, ich sag mal, ich sag mal, dass wir, hab ich denn irgendwo, hab ich nicht, gern. Dass wir so wenig, ähm, na, ich komm nicht auf den Namen. Ich komm jetzt echt grad nicht auf den Namen. Dass wir so wenig, ähm, Gehirn hatten, wie das da meine ich, äh, in seine Ziel, genau. Weil wir, äh, haben ja die ganze Zeit, äh, wir haben ja die ganze Zeit, äh, mit kurzen Tagen gearbeitet. Es ist halt kein Wunder, dass wir so schnell verrückt wurden. Jetzt kommt der Sommer und wird es für eine ganze Weile gut werden. Ich finde es nicht gut, dass wir im Frühling angefangen haben. Ich glaube, jede Jahreszeit geht ja so zehn Tage. Würde erklären, warum wir den Winter nach Tag 30 hatten. Habe wahrscheinlich im Sommer angefangen, dann kam der Herbst. Und dann, ähm, ja, kam der Winter. So. Möschbezacke. Das war ja, ich bin trotzdem. Von der Insanity her geht's gerade. Ich geh mal runter zu unserer Farm, genau hier ist sie. So, Moment Dann machen wir mal ein Feuer Ich hau mal so ein Ding rein So, komm Guck Eat Eat Ähm Hau ich mal den hier noch rein Guck Oh Eat Jetzt können wir auf jeden Fall Nee, muss ich auch bei den letzten Samen noch reinholen hier Ey, wenn wir wirklich gar nichts mehr zu essen haben sollten, dann können wir mal hierher kommen Und wissen dann ganz speziell hier finden wir noch was Deswegen halte ich die Beete hier auch am Laufen, dass hier alles bleibt Wie dieses komische Potato-Ding Ah, nicht schon wieder So, okay, sind wir auf jeden Fall full mit beiden Jetzt müssen wir nur noch irgendwie dafür sorgen, dass wir, ähm Ja, da hat er gerade wieder gezeigt, dass man durchdreht Ähm Helps to stay cool and try Something to smooth the nerves Ja, ich weiß, du bist langsam durch, aber ich kann da leider nichts ändern gerade dran So Ich kann da nichts dran ändern, dass du langsam durchdrehst Momentan zumindest nicht This fire is from opposite day Vielleicht hilft das ja, ich weiß es nicht Nicht wirklich Jetzt haben wir hier noch so Moogles Minerheads Pumpkinlandern Buki Illumination Oh, nicht die Ehm Nanananananan Oh, reiner Na, klasse Was machen die denn hier? Ach, come on, ey Degg da Wo? Wo? Da. Schon wieder da. Haben also nicht kaputt gemacht. Alter, komm schon. Ich halte mal die Fresse hier. Ich glaube schon.